Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft, Kanton Thurgau, Bauwerkpaket, Leica Geosystems und der St. Galler Stadtwerk. Aus 36 Studierendeteams der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch sechs im Rennen. Nur zwei können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2021 in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskrefte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie an Praxisprojekten gearbeitet, in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Die Ergo Suisse mit Sitz in Wittnau entwickelt und baut seit über zwei Jahrzehnten ergonomische Arbeitsplätze mit höhenvorstellbaren Tisch. Was in der Bürowelt immer mehr Anklang findet, kennt man in der Industrie noch kaum. Die Ergo Suisse hat darum Studierende von der Fachhochschule Ost in einem Praxisprojekt abklären lassen, ob sie mit ihrer Marktstrategie auf dem richtigen Weg ist. Wir haben den Auftrag bekommen, Trends und Einflussfaktoren für den höher verstellbaren Industriearbeitsplatz herauszufinden, aber auch die technischen Anforderungen und schlussendlich das Marktpotenzial abzuschätzen. Dem Auftraggeber ist nicht nur der Ist-Zustand wichtig gewesen, sondern auch, wie sich der Markt im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, voraussichtlich verändert. Wir wollten wissen, wie gross der Markt überhaupt ist und was für die Zukunftsthemen für einen Einfluss dienen. Wie Digitalisierung, der demografische Wandel, allenfalls auch eine gewisse Deindustrialisierung von Westeuropa. Und wir wollten dort wissen, was das genau bedeutet für uns. Die studentische Projektleiterin ist selber im Unternehmen tätig. Ihres Hintergrundwissen hat dem Team sicher weitergeholfen. Ihres Praxisprojekts mussten sie aber doch von Grund auf selber erarbeiten. Über die Industriearbeitsplätze gab es bisher keine nennenswerte Studien oder Zahlen. Wir haben in erster Linie zuerst einmal recherchiert, was sind Trends im Allgemeinen und haben aber im grössten Teil 36 Kundeninterviews und Experteninterviews durchgeführt aus verschiedenen Branchen und Bereichen. So konnten sie dem Auftraggeber nicht nur mögliche Strategien aufzeigen, sondern auch mögliche Stolper fallen. Wir haben herausgefunden, dass unter anderem der Trend der Ergonomie, aber auch der demografische Wandel einen positiven Einfluss auf den Arbeitsplatz hat, aber auch die Digitalisierung, die sich unter anderem ein bisschen beisst. Für seinen Lösungsansatz musste das Team Kreativi neue Wege suchen. Der Vlies lobt auch ihren Coach von der Fachhochschule Ost. Die Studierenden haben sich einerseits sehr engagiert in das Projekt reingestürzt, kann man wirklich sagen, und auf der anderen Seite haben sie sehr eigenständig gearbeitet. Sie haben beispielsweise die gesamte Vorgehensweise eigenständig entwickelt und haben auch die ganzen Interviewpartner selbstständig und eigenständig recherchiert. Den Projekterfolg kann man auch an Mehrwert für den Auftraggeber messen. Ich denke, mit den Ressourcen, die wir als Kleinunternehmen haben, hätten wir uns das nicht leisten können. Und uns hat es Klarheit gegeben in der Strategieentwicklung, in der Produktentwicklung und auch in zukünftigen Märkten, wo wir hinzugehen, haben wir eine Bestärkung von unseren Zielen oder unseren Gedanken übergebracht. Nicht nur der Auftraggeber, auch das Praxisprojekteam der Ost hat einen Mehrwert. Es steht verdient im Finale vom WTT Young Leader Award in der Kategorie Marktforschung. Es ist eine enorme Wertschätzung für uns als Team, dass wir nominiert worden sind für den Award und bestätigt uns unsere harten Arbeit, die wir über die letzten neun Monate berufsbegleitend geleistet haben. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2021? Die Preisverleihung findet am Montag, 27. September in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt. Mit der Zusammenfassung am Dienstag, 28. September, auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau Duokom Skandola und Gallus Media